und damit grüße ich euch auf das aller intensivste hier auf meinem kanal dennis gaming zu einer neuen runde bus simulator 21 wir sind hier noch in dem citaro g unterwegs mit der neuen werbung drauf und werden gleich mal ein bisschen was verdienen beim nächsten zahltag durch die durch die werbung also noch zusätzlich ein bisschen geld und dann schauen wir mal wie es weitergeht letzte folge hat es ja irgendwie nicht mehr geklappt mit dem zahltag die wäre einfach zu lang geworden sonst ich kann das wochenende kaum erwarten da ist jemand eingeschlafen ja werde ich ich werde ihn aufwenden ist gar kein problem und ich muss darüber an der enthaltsstation da bin ich ja richtig hier decke ich ja nix so ne nein die wecken wir gleich auf ist gar kein problem ich will ja nicht so sein das fassen wir alle nicht mein lieber grong tschüss macht gut so wer ist eingeschlafen grüße hier dann ist übrigens unsere werbung ich glaube die ist nicht für so einen großen bus gemacht ist aber nur mein persönlicher eindruck das ist echt nicht mein wetter du auch für so ein wetter gibt es kleidung entsprechende können sie mal auf zu nörgeln hier so liebe leute ja wie ist eure meinung zum bus simulator 21 habt ihr ihn überhaupt gespielt hat jemand den bus simulator 18 gespielt ich nämlich nicht ich kann also gar keinen vergleich ziehen habe aber jetzt schon mehrfach gehört dass der 18er besser sein soll ja ich kann das nicht beurteilen wie gesagt ich habe den nicht gespielt von daher möchte ich mir kein urteil bilden sondern einfach nur sagen ist eine gute gelegenheit ein bus unternehmen weiter auszubauen und es hat ein tolles nachtleben zu bieten die kulturellen angebote warten nur darauf entdeckt zu werden bei tag und bei nacht tolle idee lasst uns auf der strecke von st anthony nach west oakwood mehr haltestellen in betrieb nehmen damit wir auch auf dem weg von oakwood zurück anhalten können die menschen warten doch nur auf eine chance west oakwood zu besuchen okay wenn ihr das sagt dann machen wir das äh ändere route 3 damit sie oakwood umfasst und die route in der nacht gipfelt route wählen route 3 ändern drücke hauptverkehrszeiten und sie dir die hauptverkehrszeiten der bus haltestellen an okay sämtliche haben bestimmte hauptverkehrszeiten willst du eine route erstellen die insbesondere nachts profit abwürft solltest du dich auf haltestellen sondern die die vor allem nachts frequentiert werden ja okay und jetzt soll ich noch welche dazunehmen oder was da würde ich sagen das reicht ne änderungen übernehmen hallo bus keine bange ich kümmere mich gut um dich okay okay ich wills hoffen mein freund ich wills hoffen fahre eine route bei nacht schon wieder na dann fahren wir eine route bei nacht welche fahren wir denn mal welche sind wir denn schon lange nicht mehr gefahren die hier sind wir schon lange nicht mehr gefahren würde ich sagen dann fahren wir doch die hier mal lass uns den übernehmen ich glaube in citaro k war das ne die frage ist nur was habe ich jetzt gesagt welche route route 1 genau das ist der hier dann übernehmen wir den jetzt mal so das war unser allererster bus hier an ich muss geradeaus weiter ob es jetzt welche fast abgebogen fahrgast nicht mitgenommen ja blöd gelaufen für ihn ups aus erfahrung die halte die die ampel bleiben immer ganz lange gelb da kann ich nur locker rüber so grüße so hereinspaziert hier tobt das leben verbinde awkward und west awkward und das haben wir gemacht jetzt gar kein problem ein senioren ticket und eine einfache fahrkarte einmal sehr sehr gerne der herr danke ja bitteschön gerne das war die falsche taste so jetzt ein bisschen remi demmi machen mal wieder so fraulein was soll das zum glück ist bald sonntag du jetzt machen wir jetzt mal folgendes moment hier hast du aber noch mal glück gehabt du hast gerade bei mir gekauft gut und weiter geht's liebe leute ich habe so ein bisschen den den eindruck dass hier die die lenken weniger gut funktioniert also wenn man mal das lenkrad beobachtet wie das teilweise flackert dass das hier weniger gut funktioniert als in anderen bussen das ist echt nicht mein wetter so dann würden wir hier auch nochmal anhalten meine enkel spielt immer videospiel ich wünschte wir hätten damals so etwas gehabt dafür nicht gerne grüße es muss ja nicht immer ins ausland sein beim nächsten urlaub plan ich mit dem öffentlichen verkehrsbetrieb es fällt sich so angenehm ja gerne es gibt überhaupt kein problem sagen sie wo sie hinwollen wir bringen sie da hin schnell und sicher ans ziel also naja zumindest trocken auf jeden fall das andere ist mal so mal so bitteschön auf wiedersehen tschüss so wollen sie jetzt einsteigen oder nicht ich habe nicht so viel zeit das hoffe ich auch also das hoffe ich auf jeden fall auch so ab nach wir sind viel zu schnell unterwegs die sind ja viel zu schnell unterwegs ich muss gleich an der haltestelle mal warten weil zu früh abfahren dürfen wir auch nicht ich glaube das ist auch nicht gut da müssen wir gleich mal da müssen wir gleich mal eben stehen bleiben an der haltestelle jetzt schon wieder jemand hat mit verkehrshütchen gespielt fahr ich mal ein bisschen langsamer ja jetzt muss ich jetzt tatsächlich warten oder wie was für eine nacht ich bin völlig durch eine fahrkarte bitte ja natürlich der her was darf es denn sein ein senioren ticket eine einfache fahrt auf jeden fall gerne da möchten wir alle hin mein freund da möchten wir alle hin ich habe sie vergessen ein kollege mit einem blümchenhemd ne machst das nochmal gibt's ärger du hast gerade bei mir gekauft ne ok jo ich weiß nicht oder darf man einfach losfahren also eigentlich darf ich ja nicht zu früh losfahren richtig können fußballmamas eigentlich papa witze reißen also der war jetzt richtig lustig auf jeden fall komm wir fahren einfach fahr ich einfach ein bisschen lang was macht denn der ok habt ihr das gerade gesehen sah kurios aus ok das hast du schon mal gesagt du wiederholst dich mein freund ja also ich kann da nicht helfen entschuldigung ja kein problem mitten auf der kreuzung oder wie hätten sie es gern so wir haben ja zeit ne wir haben ja zeit freunde ja auf wiedersehen wir haben große fortschritte gemacht sehr schön wir sollten das streckennetz noch weiter ausbauen da muss ich widersprechen es wäre am besten zunächst eine solide basis zu schaffen bevor wir weiter expandieren na schön streitet euch nicht ne dann sollten wir unsere glückssträhne nutzen um eine solide basis aufzubauen gut liebe leute das machen wir aber in der nächsten folge vielen vielen dank fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da wenn ihr tipps anregungen ideen habt gerne in die kommentare und wir sehen uns dann gerne in der nächsten folge wieder hier im boss simulator 21 oli materie heute macht's gut ciao 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 ciao